Na gut, das ist jetzt hier schon die neue Folge und in dieser Folge wird die zweite Strecke eröffnet. Erst in fünf Minuten. Ja und, na gut, dann halt noch fünf Minuten. Ja, um 20 Minuten in fünf Minuten. Ja und, so, bitte, ich muss dir das Schild schreiben. So, ähm... Darf ich dich töten? Nein, lass nicht. Aber du hast mich auch getötet. Wenn du fällig bist mit Schreiben, dann. Ja, Bahnhof, Bahnhof, ja. Ja, dein Schluck hat's halt nicht sein. Slonhills. Ja. Arthro Slonhills. Ja, ist ein schöner Lehrer-Bahnhof. Nicht mal ein Dach über dem Kopf, also nee. Ja. Ja. Also, die beste Innen-Einrichtung überhaupt. Da werden Speider verschossen. Ja. Ja. Na gut, ähm, fünf Minuten noch. Wo soll, von wo bis, wo soll eigentlich die erste Fortstadt finden? Von Longhills zum Spawn oder vom Spawn nach Longhills? Ich würde mal sagen, von hier zum Spawn. Genau. Äh, ich würde sagen, von, von, von Hafen nach Sporn, von Sporn nach hier. Nein, das ist langweilig. Du bist langweilig. Du bist langweilig. Ein Helm ist kaputt. Ja, und? Ding. Und? Ja, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier ist es. 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 Wo bist du gespornet? Ganz weit weg. Toll, jetzt leuchte ich nicht mehr. Dankeschön. Dein Helm ist kaputt. Was war auf dem Helm drauf? Äh, keine Ahnung. Ach, meine Tastatur schaut wieder auf, Mann. Welche Rolltel von mir haben? Nein, der hat so schön geleuchtet. Ja, ich kann dir aber auch einen Leuchten in Gold reingeben. Will ich aber nicht. Nicht von dir. Es sind bestimmt schon lauter Läuse drin. So, wie spät haben wir es? Ach, noch drei Minuten. Nein, besser kommt ein Zombie auf dich zu. Nein, kommt er nicht. Willst du eine Diabrust haben? Nein. Ich lauf mal ein bisschen durch die Stadt. Und, ja, mal sehen, was es hier so alles Neues gibt. Und, ja, es ist ja immer doch der Liebete mir so viel Holz gegeben. Ich weiß gar nicht mal, wohin da mit. Na gut, ist ja sehr, sehr nett gemeint. Ähm, was sind denn das hier noch für... Und die haben wohl ja auch nichts mehr zu sagen, würde ich mal sagen. Genau, genauso wie dieses hier. Ist du denn? Weit weg. So, Schnee, brauchst du Schnee? Das ist nicht meine Kiste. Ja, und? Du hast es nicht? Ja, ich nicht. Okay. Wollen wir jetzt diese zwei Minuten noch abwarten? Ja. Du hast erst gesagt, um 20 Uhr, du hast gesagt. Nein, erstes was Jo. Hast du nicht mehr zu mir gesagt? Da habe ich ja noch eine ganze Menge Akazien, damit das hätte ich doch für die ganzen Zäune nehmen können. Hast du extra Farben? Ja, Schwarz-Eich-Neulze habe ich da auch noch. Ne, Diamanten habe ich da ja auch noch. Wow. Binnennetze. Also, ich finde meine Ender-Shift immer wieder aufs Neue interessant. Ja, ich habe da gar nichts drin. Luft. Oh. Na gut, also willst du jetzt von wo bis wo? Ist mir egal. Mir auch. Dann würde ich sagen, von Longhills zum Spawn. Wir können ja schon mal hinlaufen. Schadet ja, denke ich mal nicht. Eine Minute, keine Ahnung. Ich habe nur... Ich gehe gerade manchmal vom Vollbildmodus und das ist nicht blöd. Oh. Auf dem Leben, das ist keine Uhr. Oh. Bei mir zwar... Also so eine digital-analog-fass-das-was, keine Ahnung. Halt halt so eine Standard-Une-Zeiger und so. Nein, habe ich nicht. Daher muss ich immer in die Taskleiste auf einem anderen Bildschirm schauen. So, eine Minute. Ja, ist... ...wei Minuten noch. Abfragen, muss essen gehen. So, jetzt spiele ich mal nicht in Vollbild. Jetzt kann ich das noch sehen. Eine Minute noch, Dennis. Ja, eine Minute noch. Okay. So. Dennis, darf ich dich mit dem Bogen abschießen, den Tim hat gegeben hat? Nein. Okay, bitteschön. Hallo, Tim. Hallo, Tim. Dann schieß ich halt, als ich darf nicht, ob der Bogen weg ist. So. Ähm. Wie viele Sekunden noch? Keine Ahnung. Zehn Sekunden noch. Nein, gar nicht wahr, Dennis. Doch, ist wahr. Ist wahr. Ach so, eine Sekunden Uhr. Drei Sekunden nicht nur. Nein. So, gleich ist es 20 Uhr. Jetzt ist es 20 Uhr. Nein, Dennis, ist es nicht wahr. Malte, willst du die Ära haben, uns drücken, oder soll ich? Ja, ja, was ich hab dich verlegt. So. Ja. Yay. Yay. Bei mir sind wir noch nicht 20 Uhr. Ich bin ganz vorne sitzen. Ich sitze. Dann klick drauf. Mein Gott. Yay. Yay. Hallo, Tim. Ja, ich sitze vier. Setz dich hinten, Tim. So, dankeschön. Äh, dann fahren wir mal los. Bei mir ist jetzt erst 20 Uhr. Oh, na, passt doch. Pünktlich 20 Uhr fahren wir los. Die erste Fahrt. Wie schnell. Ja. Pünktlich 20 Uhr. Gleich geht es in die Wüste. Nein. Auch eine Wüstenfahrt ist auch nicht schlecht, finde ich. Naja. Und eine tolle Rockmusik im Hintergrund. Yay. Nein, nein, nein. Aber irgendwie. Das war super langsam. Ja, ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Och, nein. Ich dachte, man braucht keine Booster-Schienen mehr, dank dem Plug-in. Och, nein. Yay. Die langsamste Fahrt ever. Ja, das ist wegen der Rockmusik. Läuft gut. Ja, Rockmusik? Nein, wegen der nicht. Ich finde die gut. So, äh. Mal schauen. Hallo, Hütchen. Ja, wir haben's, wir haben schon ein Drittel geschafft. Der saß ja Luigi gleich. Ich, ich steige mal aus und schieb uns mal an. Tschüss. Ciao. Äh, niss. Ich muss da unbedingt jetzt, dann auch Booster-Schienen reinmachen. Äh, das war jetzt wirklich gar nicht geplant, weil ich dachte, durch das Plug-in brauche ich keine Booster-Schienen mehr, aber, ja. Ja, bei der anderen Strecke brauchst du, ach doch, bei der anderen Strecke hast du schon ein Drittel verschieden, ne? Ja, weil ich das da noch nicht so bemerkt hatte. Ich hatte dann irgendwie so eine, ich hatte dann so eine Test gemacht und hab bemerkt, ja, hält's ja nicht an. Und, na, Pustekuchen. Fahr schneller, du dummes Ding! Fahr schneller! Ja, das ist keine Beleidigung, YouTube spielt ansonsten noch. Ja! Ach, YouTube kann mir da jetzt egal sein. Und wie ist es da so vorne, wenn ihr, äh, angeschoben zu werden? Ja, ganz toll. Äh, ja. Ich fühle mich langweilig für dich, oder? Oh. Grenne, grenne. Ich glaube, es war zwar schon ein kleines bisschen schneller. Nein. Na gut, dann eben ich. Schau mal auf die Karte, äh, wie weit wir sind. Ich hab keine Karte. Oh, zum nächsten Jahr für ich. Dennis soll ich schieben, dann kannst du mich hier reinsetzen. Nein, du kannst das nicht. Doch. Ich bin schon groß, ich bin stark. Nein, das bist du nicht. Doch. Ich glaub, ich hab das Gefühl, es geht schneller vonstatten. Oh, jetzt, ja, jetzt, oh, ja, Dennis ist immer schneller. Jetzt, jetzt haben wir gerade wieder gestanden. Kurze Pause. Ist wie bei der Deutschen Bahn. Wie bei der Deutschen Bahn. Ah. Bei der Deutschen Bahn halten die nämlich auch Roman. Wirklich? Ja. Ja, die ganz, an die verschiedenen Bahnen gucken, ne? Genau. Auch so zwischendurch. Gerade, wenn die Spur eingleisig verläuft. Kaffee Pause. Och nein. Oh. Würde ich jetzt laufen, denn... Nein, ich hab einfach selber gesetzt. Ach, verdammt. Nein. Was hast du gesetzt? Alles gut. Okay. Gleich kommt ne Kurve. Nein! Tschüss, Dennis. Ich hab die Kurve noch gut mitgenommen. Ach, das ist dann diese Kurve schon. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Dann muss ich das sofort angehen. Dann muss ich das sofort angehen. Dennis, da kommt aber noch ne Kurve. Ach so. Ja, stimmt. Da kommen zwei Kurve. Och nö. Aber da vorne ist der Spawn. Da vorne ist der Spawn. I can see it. Nicht, aber... Nein! Nein! Huhn! Böses Huhn! Nein! Nein! Das Huhn hat... Das Huhn hat... Das Huhn hat die... 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 Abgemacht. Was hat's abgemacht? Ey, lass doch so eine Ruhe. Oh, mal... Nein! Das Huhn hat aber den Zug gestorbt. Ich will schieben. Dennis, setz dich rein. Nein! Setz dich nicht. Na gut. Oh. Dann schieb an. Dennis, du hast den Zug gestorbt. Oh. Ach, da kommt ja noch eine Kurve. Ja! Guten Morgen, Malte! Ah. Hallo, Malte. Hallo. Schneller! Nein! Ja, aber... Bisschen schneller geht schon. Kann da nicht, weil du ausgestiegen bist. Ja, aber du bist eingestiegen. Ja. Oh, 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 oh. Komm, wie weit da her! Hallo Schwein. Na? Yay! Beste Fahrt ever! Dennis, warum kann ich den Zaun nicht abbauen? Äh, Moment. Wollt ihr jetzt hier was Schönes machen? Äh, Besitz, Besitz. Best... Beste... Ja, beste... Fahrt ever. So, mal bitte da beide weggehen. Reckle nach, langfühls bis spät. Achso, das steht da drauf. So... So... Man muss die Strecke jetzt eigentlich freigeben, aber... Ja, ich muss noch Boosterschienen dran machen. Ich hab ja einen hier. So, und hier... Ähm, wo ist, wo ist, wo bist du? Wer? Da und ich? Nein, nicht du! Weck da, Malten! Dennis hat's kaputt gemacht! Warum hab ich das kaputt gemacht? Mein Gott! Wir können einen unter Wasser trangen, zur unter Wasseratmung. Bitteschön, sehr wichtig. Ich schenke den davon jetzt ein. Wozu brauche ich den? Nein, nein, ich hab mir damals 20 Stück oder so von gebraut. Ah, bitteschön. So, ich... Kaffeekränze! Ich mach mal Slice-Born und hol mir mal Boosterschienen. Dann machen wir das jetzt hier noch. War eine tolle Eröffnung. Ich schätze, zwar wäre ich gerne jetzt noch mal zurückgefahren, aber... Das würde ich euch ersparen. Tut mir leid. Zehn Minuten hat jetzt die Forschung gedauert fast. Und das ist ja nicht im Sinne des Erwinners, denke ich, glaube ich. Oh, doch. Okay, wenn du was sagst... Das... Hm... Ja, Dennis. So, hier, Boosterschienen. Dennis weiß mal wieder nicht Bescheid. Die war von hinten. Äh, ähm, da... Da hab ich doch noch Boosterschienen. Ja, da hab ich ne ganze Menge Boosterschienen. Dennis kann nicht helfen, hier zu setzen. Du... Ja, du kannst gerne helfen und, äh... Beüberwappne... Hast du Grätzl und Fuckin' ne ganz Menge sonst... Ne, ich... Ich bringe Grätzl und Fuckin' mit. Ich hab 31 Grätzl und Lampen. Gehen die auch? Nein, die gehen nicht. Äh, Moment. 30 Grätzl und hab's kaputt. Du bist nicht. So, Moment. So, Moment. Ich mach's so und mal. Ist auch blöd, dass man... Dass es von Druckplatten nur eine Sorte gibt. Ist auch blöd noch. Oh. So, dann kommen wir zum Bahnhof am Hafen hin. Äh, nicht am Hafen, sondern am Spawn, meinte ich. Weil das ist auch ne schöne Druckplatte. So. Du kriegst Redstone Fuckin' hin. Äh, und... Ja, zu... Deine Aufgabe ist... Redstone Fuckin' zu setzen? Genau. Und... Immer... Immer an den... Ja, also... Wir... Hier sind ja schon zwei, dann kommen da vorne noch. Geh wir zwei hin. Also immer dort, wo bloß... Glauston' ist auch immer da. Er ist... Ne, ne, ne. Gib mir die Redstone Fuckin' hin. Gib mir die Redstone Fuckin' hin. Wir machen es andersrum. Du bist dafür zuständig, die Antriebschen... Genau. Oder nein, wir machen es noch andersrum. Wir machen... Wir teilen uns die Hälfte. Genau. So wär's doch besser. Lol. Also... Du gibst mir eine Hälfte Antriebschienen und ich gebe dir eine Hälfte... Ähm... Da ist ja schon... Äh... 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 Gefülltes Hühnchen... Oh, wie lecker. Oh... So... Immer so weiter, immer so weiter... Mit schöner Unterwasseratmung... Also so passt das doch. Ich muss... Wir müssen uns wahrscheinlich dann noch ein paar Antriebschienen herstellen, weil die werden... sicherlich nicht reichen. Doch... Und dann... Ihr auch noch? Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ich muss noch nicht so ewig dauern, weil... Das war jetzt wirklich... Null mit eingeplant. Ich hab auch wirklich gar nicht... Irgendwie so dran gedacht, dass das... Im entferntesten Sinne auch überhaupt möglich ist. Aber naja... Es ist... So kann man sich irren. Man kann sich sehr, sehr leicht irren. Ruhig hier mal mit der Spitzhacke. Radet ja nicht. So... Immer weiter, immer weiter damit. Gold... Habe ich ja notfalls ja auch noch dabei. So... Also nicht dabei, sondern äh... Im Lagerkeller. Wenn wir neue Antriebschienen brauchen, was wir sicherlich brauchen werden. Wir werden wir dann auch im nächsten Part hier noch weiter machen. Also... Dann halt im nächsten Part dann wirklich fertigstellen. So... Dann hier und da und da und da... hm... Wie schnell der meinte ist... Ich komm' ja gar nicht hinterher! So... Weil ich mach das... Alles klapp... Nein, wie lange... das war es wohl mit der ausrede so wenn deine antriebsschienen weg sind also alle sind dann sagt bescheid ich habe noch sechs dann mache ich mir und mache ich uns mal neue ich habe noch das könnte mein fehler sein warum ich hier so langsam bin weil ich spitzhacke und koppel zum beispiel ganz weit auseinander aber dankeschön so hier und da dann und dann neue antriebsschienen herstellen das wollen wir auch retten und stickies und gold ist genau stickies dieser gold habe ich habe ich habe noch zu lassen ich tue man ja auch mal die ganze über das 1 zum anfang ist 1 und 3 ich habe noch mal 30 gemacht doch etwas noch habe ich ja noch dabei das ist ja gut dann brauch ich auch gold um es 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 um keine ahnung und der hebe liegt direkt neben dem tmt ich hoffe mal das reicht jetzt hier sind noch zehn antriebsschienen und diese noch ein paar sexuelle schienen okay das ist super das ist so zwei stecks 2 6 ganz normale schienen brauche ich erstmal noch nicht die wir später und bei der dritten strecke dann brauchen ja naja ich wir treffen uns da wo wir eben aufgehört haben dachte ich ich bin schon gerade dabei die strecke lang zu laufen ja ich auch ich bleibe natürlich hier hängen und habe natürlich hunger an der oberen kannte ich sehe dich auf der karte oh mein gott ich muss flüchten ich muss flüchten schnell sein hallo kreber gibt es mir kein schubs war zu langsam dieser creeper er ist dicht hinter mir so spät wir sind eh gleich da